Und damit seid gewusst, mein Lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und einladen uns zu einem neuen Part. Tom und Dutch Live auf meinem Kanal, auf Zwergenfürst LP. Mit dem Zwergenfürst. Es ist mal wieder Tag geworden auf Coffee Bay. Auf Tom und Dutch Live. Ja, das ist ein seltenes Bild. Das sieht man hier sehr, sehr seltsam. Tatsächlich nehme ich das jetzt hier am Tage auf. Passiert auch sehr, sehr selten. Ja. Ist doch mal was wert. Können wir auch mal die Sachen versuchen, die wir hier am Abend nicht zu sehen bekommen. Aber erstmal holen wir ein neues Mie auf die Insel. Und lassen es in das Mie Appartement einziehen. Das heutige Mie ist nämlich... Ihr glaubt echt nicht, wie viel bei so einer Aufnahme vorher falsch laufen kann. Meine Fresse. Ich bin gerade ein bisschen... Versteht ihr, was ich meine? Fresh Talker. Willkommen in unserem Insel-Apartment-Haus. Äh, das ist... Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was... Ich erzähle es auch vielleicht nicht so doller. Das war jetzt hier der Chaos. Naja, auf geht's. Fresh Talker ist jetzt neu auf unserer Insel. Betreten wir mal das Appartement und schauen mal, wie es ihm so geht. Ja, was gibt's? Gibt's gleich hier was zu fuhren, Phyllis? Voll erstorger. Der jetzt auf der Insel. Und was soll ich sagen? Er gehört hier drauf. Mehr als so mancher anderer, den ich hier noch geplant habe, drauf zu nehmen. Auf die Insel. Ihr werdet's ja noch sehen. Ich hab ihn vor allem auf die Insel genommen, weil man ihm auch alles anziehen kann. Weil man dem... Mie halt auch einfach... Ja... Klamotten ranstecken kann. Die halt ein anderer Mie nicht tragen würde, aber die halt irgendwie doch schon zum Charakter passen, weil... Ja, Fresh Talker. Crash-Haltefolie. Der hat schon alles getragen. Spielen wir. Pixel Quest Essen oder Schatz. Auf geht's. Das erste verpixelte Item. Was könnte es so sein? Das könnte unter Umständen ein Windspiel sein. Und die Lösung ist. Wie wäre es denn damit? Es war ein Windspiel. Ah. Das zweite verpixelte Item. Na dann, her damit. Das könnte es so sein. Das könnte... Das könnte unter Umständen... ein Cheeseburger sein. Könnte auch eine Kiwi sein. Oder ein... Oder Maronen. Ich glaube, eine Kiwi ist es am ehesten. Ja, eine halbe Jürgen-Kiwi sogar. Glückwunsch, da haben wir es mal wieder geschafft. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Ja, nehmen wir den. Es ist eine Büste. Gibt's noch was? Ja. Sein Bestes zu geben ist immer das Beste. Und weil wir den Foreshtorger überall reinstecken können, in alle Klamotten, können wir ihn auch in jeder Kulisse reinstecken. Übrigens, willst du mich vielleicht noch etwas nutzen? Ja, das ist seine neue Wohnung. Ich werde friedlich damit umgehen. Foreshtorger, der Charakter. Ja, ich finde ihn sogar einigermaßen gelungen. Oder was hattet ihr davon? Also, ich finde den Mie von Foreshtorger ganz gut. Ein halbes Jahrhundert ist ja jetzt schon fast gefühlt her, dass ich den Foreshtorger das letzte Mal auf YouTube geguckt habe. Aber damals war das ein neues Format. Damals hat er mit dem Sandra und so weiter angefangen. Ja, da wisst ihr. Das war wohl irgendwie eines seiner ersten Projekte. Aber ja, das war so die Zeit, da war Sandra noch neu auf dem Kanal von ihm. Und das war halt so seine Zeit, zu den Anfängen von dieser Story. Ich habe es halt wirklich seit gefühlten 100 Jahren, gefühlten 50, 100 Jahren nicht mehr geguckt. Und hat wohl jetzt mittlerweile, habe ich wohl gehört vom Hörensagen, kenne ich den jetzt noch in seinen neuen Sachen, die er macht. Verschaltefolie, hat der jetzt wohl irgendwie noch eine andere Sache im News-Format, was der macht? Keine Ahnung, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was der heute macht. Mir hat es gefallen, damals, was er damals gemacht hat. Ich sollte vielleicht heute mal wieder reingucken. Ja, war ganz lustig und konventionell, wenn man das so sagen will. Ein bisschen Austreihe tanzen, ein bisschen blödeln. Blödeln wie Otto Walkers. Der Otto Walkers von YouTube Deutschland, sozusagen. Schauen wir mal beim German Let's Play hier rein. Der GLP. GLP, der blödelt auch manchmal ziemlich doll. Ja, was gibt es denn bei dir? Ähm, ja, versuchen kann man es ja mal. Schaden kann es ja nicht. Da klopft es schon an die Tür. Hui! Da wird sich befreundet. Und blinkt. Das ist doch gefunkt zwischen den beiden. Befreundet sind sie. Nice. Ja, alles super. In der Bude von GLP. Die Waffel, Sturmwaffel, ist auch noch hier. Da hat auch noch ein Freundschaftsanliegen. Um das wir uns natürlich kümmern wollen. Ja. Ich habe auch anderes noch vor. Tut mir leid, dass es so selten zu Tomodachi Live kommt. Ist halt einfach so. Ja, ich soll es öfters machen, damit wir es mal beendet kriegen. Aber ihr kennt es ja auch. Es sind andere Projekte, die spannender und lustiger sind. Herr Bergmann hat sich mit Oliver Welke gestritten. Ui. Herr Bergmann will sich nicht wieder vertragen. Was? Ich dachte, Oliver Welke will sich nicht vertragen. Also, dass Herr Bergmann sich nicht vertragen will. Ja, komm. Das ist gelogen. Das halte ich für gelogen. Lügner. Aber hilf Ihnen mal. Du hast doch so unter Umständen vielleicht ein paar Kontakte zu dem lieben Herr Bergmann. Der übrigens noch im Weihnachtsmannkostüm ist. Na? Können Sie sich vertragen? Sieht so aus. Smurf kriegt es hin. Nein! Smurf kriegt es nicht hin. Ah, Mann. Das sehe ich ja unten wie an. Mann. Mist. Ach, Mensch. Smurf. Hast du es nicht hingekriegt? Warst du kein guter Streitsteller? Ist wieder eine Freundschaft zerbrochen. Wir haben hier auch auf Coffee Bay. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Mr. President. Barack Obama. Der ist auch noch hier. Zu dem gucken wir später vorbei. Dom Tendo. Den haben wir lange nicht mehr versorgt. Der hat auch ein kleines Problemchen. Was ist denn bei dem schief? Böhmermann, wie ich Böhmermann imitiere. Ah, Böhmermann wirst du imitieren. Schieß los. Und verklemmt ist, sage ich nicht. Nee, das sage ich euch nicht. Das war wirklich sehr ähnlich. Das du was zitiert. Ein sehr schönes Gedicht, wie ich finde. Und rollte durchs Zimmer, der Dom Tendo. Ja, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. So. Was soll's. Da sind wir auf der täglichen Unsel. Alles noch am Tage. Naja. 17 Uhr. Ist noch Tag. Da wird es noch nicht dunkel. Fachgeschäft für Einrichtungsgegenstände. Das Müllhaus. Wir starten wieder hinein. Und schauen uns ein bisschen um, ob es ein bisschen was zu kaufen gibt. Eine Blumenwiese. Und eine Holzhütte. Die Blumenwiese, der weiß doch, wen ich das geben kann. Ist gekauft. Holzhütte. Boah. Kaufe ich auch mal. Was gibt's denn beim Hutmacher heute für uns? Ja, der hat einen Chino-Hut. Chino-Hut, oder wie man's auch nennen will. Und Altes. Neu aufgewärmt. Boah. Nee. Nicht so unbedingt. Der Bedarf von der Klamotterie darf auch sein. So. Was hast du heute im Angebot? Ein Kaktusshirt. Eine Polizeiuniform. Gekauft. Oh, ist bald wieder Fasching, oder was? Samba-Kleid. Samba, Samba, Samba. Samba, Samba, Samba. Ja, wird getanzt, oder was? Wird gekauft. Irgendwenn werde ich das schon geben. Einen Vegas-Anzug. Ja, der ist ein bisschen teuer. Könnte ich mir jetzt nicht mehr leisten. Der Elvis-Plastay-Anzug. Hier mit weißem, goldenem Anzug und rotem Halsband. Müssen wir wohl den Elvis mal auf die Insel holen. Ja, kann man mal machen. Vielleicht kommt der auch noch irgendwann mal vorbei. Abendmarkt. Naja, da dachte ich gerade, es war Tag, aber trotzdem gibt es hier einen Abendmarkt. Naja, man kann nicht alles haben. Angebote vom Tag und den Tag als Helligkeit im Hintergrund. Neon Vans, verkauf uns mal was Schönes. Eine Wundertüte. Was ist wohl drin in der Wundertüte? Das erste Item ist eine Makrele. Hey, liebe Makrele. Das zweite Item ist eine Strickmütze. Und das dritte Item ist ein Weißhemd. Na, nichts Besonderes, aber schön, schön. Komm gerne wieder. Immer wieder gerne. Gerne. Im Café ist ein Frauentreff. Ein paar Mädchen reden miteinander aus irgendeinem Grund. Ja, was soll ich sagen. Die finden doch immer einen Grund. Ne, Spaß. Die Jungs finden genauso einen Grund. Einen Grund zu reden. Wen haben wir denn hier? Das müsste die Way aus Dauer sein und der andere müsste Abigail Schuto vom NCS sein. Lauschen wir mal ihrem Gespräch. Okay. Ich habe neulich so ein echt lautes Lachen aus dem Appartement von Direktor Shepard gehört. Oh, ich glaube, das habe ich auch gehört. Aha. Ist klar. Na denn. Ist ja alles super. Die Mienachrichten schauen wir uns nochmal an. Mit Elinor Bishop. Auch eine NCS-Agentin. Auf Coffee Bay ist das Klettern auf Bäume derzeit schwer in Mode. Ah, eine neue Trend entstanden oder was? Weil es fit hält und den Weiß in Einklang mit der Natur bringt. Herr Newstime, der selbst täglich auf Bäume klettert, erklärt das Phänomen. Der Newstime erklärt. Da draußen unterwegs zu sein und sich an den Bäumen festzuhalten. Wir haben einige Inseln bewohnt. Und der Weihnachtsmann. Damit kann ich nicht übereinstimmen. Das nennt man dann wohl ein Wunder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Elinor Bishop und das waren die Mienachrichten um 5 Uhr. Ja, danke fürs Berichten. Dann schauen wir mal, was hier im Hotel, also im Mienappartement passiert. Der Bürgi noch in Weihnachtsmann-Uniform. Spielt ein bisschen Wii U. Ja, ist zwar schon ausgestorben, die Wii U, aber man kann es ja immer noch spielen. Die Chiara Bravo. Die möchte einmal mit uns spielen. Leute, die meinen Kanal nicht verfolgen, schon seit längerem und den Part von ihr noch nicht gesehen haben, die können glaube ich nicht so viel mit der Chiara Bravo anfangen. Ich werde auch nicht sagen, wer das ist. Gegebenenfalls guckt man mal in dem Wort für entsprechenden Part nach. Ah, wieder so ein Rätsel. Was ist das? Christrell-Schmuckkästchen oder Schandmal? Schandmal! Ein Schmuckkästchen ist das natürlich. Das ist kein Trend im Hall. Das ist ein gewöhnliches Schmuckkästchen. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Das könnte ein Frikadelle, ein Röstkastanien oder ein Weißbrot sein. Da das auf einem Teller liegt, ist das jetzt eigentlich komplett Banane. Das könnte eigentlich fast alles sein. Röstkastanien werden glaube ich anders aufbewahrt, aber ich tippe mal auf die Frikadelle. Mal schauen. Ich habe dich falsch geraten. Es waren sogar die Röstkastanien. So ein Mist. Chiara verloren. Tja. Überall blüht und grünt ist. Komm, lass uns etwas an die frische Luft. An die frische Luft. Das ist grundsätzlich ein guter Vorsatz. Das sollte man mal machen. Ich frage mich, wie es da drüben so aussieht. Wo drüben? Hinter den Wänden, wo du gerade hinstast oder was? Der Drachenbursche. Der hat ein Anliegen, der möchte sich mit jemandem befreunden. Na, dann wollen wir dem mal nicht im Wege stehen und wollen ihm mal helfen bei seinem Unterfangen. Ich habe gehört, dass L.P. Markus mit mir befreundet sein will. Halte ich jetzt an sich nicht für so unwahrscheinlich. Der Drachenbursche mit L.P. Markus befreundet. Kann man machen. Da ist er, der Markus. Und da kommt er, der Drabu. Ich glaube, das wird eine gute Freundschaft. Kann man mal anbieten. Da wird bestimmt was Tolles draus. Na, nice. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das lobt mir doch sehr. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein kleines Dankeschön. Aber ist doch nicht nötig. Den Ventilator, ne? Okay, der ist wirklich nötig. Den brüchten wir demnächst noch nicht öfters. Wo die heißen Sommertage bald wieder beginnen, da ist es bestimmt nicht falsch, einen Ventilator zu besitzen. Schauen wir noch mal bei unserem heutigen Stargast, bei unserem heutigen Neuankömmling hier, bei unserem neuen Mie hier vorbei. Dem geht es nicht so gut. Der hat gerade einen Schluck auf. Dann erschrecken wir ihn mal. Ja, so sieht das aus. Joa, wie läuft's? Alles super. Alles gut in den Hut. Kriegst noch was zu trinken, einen leckeren Cappuccino. Joa, das schmeckt doch. Das tut gut. Und gleich ein neuer Level. Da kannst du gleich was singen lernen. Und das ist doch ultimativ. Na dann, hoffe ich, du lebst dich hier mal ein und findest dich mit den anderen Mies zurück. Mit den anderen Mies zurecht auf dieser Insel. Na dann. Lassen wir den Fresh-Toker mal alleine hier. Sich mit Freundinnen auch befreunden. Mit Leuten von der Insel. Und gehe hier mal zurück auf den Inselbildschirm. Joa. Dann würde ich mal sagen, beende ich diesen Part an dieser Stelle. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neuer seid. Der Herr Newstime, der Chills dort oben auf dem Turm. Ja. Man sieht sich, sage ich immer. wieder und sage, habt noch einen angenehmen, fachsischen Tag. Gehabt euch wohl und haut da ran. Ciao, ciao. Bis dann.